... in allen teilnehmenden Restaurants. Ich liebe es. McDonalds. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... in allen Teilen. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Das ist der perfekte Rahmen für dieses Finale. Und ich glaube, das wird ein hochklassiges Spiel. Und die Frage ist, wer geht besser mit Druck um? Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im vierten... Aduriz! Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball. Harmlos. Nun an der Herrera. Rashford. Klasse! Mit dem Ball am Pool. Rashford! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Vierkei am Ball. Gaia. Kovacic. Schauen wir nochmal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Top-Spieler. Auf die wird es ankommen. Sehr gut aufgepasst. Ein guter Doppelpass. Nun Eriksen. Dembélé. Wird es jetzt gefährlich. Hereingabe geht's. Weg ist der Ball. Weg ist der Ball. Gaia. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aduriz. Da kommt der Schuss. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Deolofeu. Gucke. Jetzt hat er Platz. Jetzt muss er flanken. Alles war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Anfänger entspannt und zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das mach ich da mal. Das könnte der Gelegenheit werden. Das mach ich da mal. Super Pass. Meine Fresse, Alter. Immer vermassel ich mir den Scheiß Finale. Ja, das war so gut. Setzen hier Konzept straight um. Die Tore haben bisher gefehlt, aber es hat ja jetzt funktioniert. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt müssen wir aufpassen. Das macht er gut. Kovacic. Gaia. Das war Egen, aber er hat ihn. Hallo. Der Ball hat er gut geholt. Karasco mit der Riesenchance. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was? Das war Egen, aber er hat ihn. Was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Nun Alberto Moreno. Eric Bertrand bei E. Aurier. Eriksen jetzt am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Klasse gemacht. Super vom Torwart. Den Ball musst du erst mal halten. Eck mal geht's. Das hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten wir mehr draus machen können. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Dembélé. Toller Pass. Schöner Pass. Herrera jetzt. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. 1-1. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gibt's jetzt die Gelegenheit. Marcus Rushmore. Was? Nein, kein Tor. Schöner, platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Hey. Ja, der ist platziert. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Dembélé. Entscheidet schnell und richtig. Gibt Vorteil. Stark gemacht. Das könnte was werden. Jaja, Piquet schneller als ein 96er. FIFA Logik. Und Aduris. Und das ist der Ballverlust. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Jetzt steht's hier. 2-1. Eine enge Kiste. Fängt diesen Ball ab. Ja, den Bakayoko nochmal so ein Fehlpass. Jetzt wird's gefährlich werden. Die Defensive steht. Oh je. Steht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ah, da geht er vorbei. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt Ander Herrera. Oh, der letzte Pass. Carrasco. De Olofeu. Wird das seine Torchance? Super dazwischen gegangen. Hey. Ja, was mach ich denn, man? Auf den Flügel kommt der Wahlbesitz. Was? Hey. Carrasco. Ganz wichtig, da muss er hin. Zwei Minuten mehr im Nachgespiel. Rashford. Wird's jetzt gefährlich. Gut verteidigt hier. Nah, Durchgang 1. Wegen uns kann's weitergehen. Zweite Hälfte läuft hier. Schauen wir mal, wie sie in diesen zweiten Durchgang reinfinden. Da kann er sich den Ball holen. Rashford. Jetzt Firmino. Klasse-Tecling. Carrasco. Carrasco, da müssen Sie aufpassen. Die kommen jetzt über außen. Abgefangen. Gut gemacht. Kovacic. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Carrasco, da müssen Sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Ado. Ado. Angegern von Toru. Karadu und Sohn. Gut aufgepasst. Carrasco. Sehr guter Einsatz. Ander Herrera. Rushford. Ganz energisch. Jetzt vielleicht. So sweatet man, mein Freund. Das Tor solltet ihr erstmal für klare Verhältnisse. Dankeschön, Kollege. So sweatet man. Ich hab dir gezeigt, wie man verspielt, oder?